Guck mal, ich will jetzt nicht um den heißen Brei reden, ich sag euch nur eine Sache. Mit der Asi-Army kann man keinen, äh, Asi-sagt spielen. Das ist einfach so gut wie unmöglich. Und ich werd sowas nie wieder machen, nie wieder, außer vielleicht auf Twitch, wenn ich live gehe. Aber sonst, nicht mehr. Und, äh, danke, dass ihr alle meinen Creator-Match der Mermiflo benutzt, ohne Sch***. Das ist eigentlich krass so, weil mein, mein Code ist so lang und es gibt trotzdem so viele Leute, die es benutzen. Das zeigt einfach, dass meine Community hinter mir hält. Und das, äh, schätze ich manchmal nicht. Und deswegen, nochmal danke an die Asi-Army, dass ihr meinen Creator-Code immer benutzt. Guck mal, andere haben so kurze Creator-Tags. Und ich sag euch eine Sache, es gibt, es gibt YouTuber, die haben mehr Abos als ich, aber trotzdem weniger Unterstützer als ich. Das zeigt, wie stabil ihr seid, wallah. Dankeschön und viel Spaß mit dem Video. So, let's go. 44 Leute, es wird richtig Party geben, Digga. Wo sollen alle landen? Egal, lass Retail. Der Gewinner kriegt etwas Krasses. Aber, Asi-sagt genau davor, davor landen, nicht reingehen. Juchlan. Okay, Asi-sagt, stellt euch alle nebeneinander auf. Macht das alle, ich hol so lange eine Waffe. Perfekt, wie gerufen alle. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich sag zu diesem Blauen. Komm zu mir, und er kommt zu mir, dann ist er tot. Asi-sagt, komm zu mir, dann darf er kommen. Wenn ich nicht Asi-sagt, sag... Wer war das? Ähm, obwohl... Kommt mal lieber hier vorne hin vor dem Bus, sieht besser aus für's Thumbnail. Hier vorne zum Bus, bitte. Genau. Kommt alle hier hin. Alle hier aufstellen. Sehr schön. Genau, das ist es ja. Seid ihr dumm? Ich hab doch gar nicht gesagt, Asi-sagt. Hallo, wo rennt ihr zurück? Kommt zurück! Okay, nochmal, okay, nochmal. Hey, warte. Nein, 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 warte. Du kommst zurück. Ich sag nicht, Asi-sagt. Stellt euch alle hier vor den Dinger auf. Vor dem Auto. Ey, warte mal. Links, rechts, gucken zählt nicht, du Fisch. Hör auf damit. Okay, einmal hinhocken. Hier war noch einer. Oh, der arme Waller. Einmal springen. Aha! Schrazi euch. Asi-sagt einmal springen. Noch einmal springen. Asi-sagt, drück hier hin. Okay, okay. Ihr lernt, ihr lernt. Maschallah. Asi-sagt einmal hinhocken. Es war klar. Immer diese Apokalypto-Leute machen alles kaputt. Apo, Apo, Apo. Das heißt, well. Greift den an. Wenn ihr jetzt verliert, dann ist Asi-Kalypto-Geschichte. Der neue Code ist immer noch der gleiche. Deswegen drückt einfach auf Solo. Bei fast keinem YouTuber kommt so ein Problem. Außer bei mir. Warum immer ich? Landet alle. Asi-sagt, landet alle Pleasant Park. Und zwar drauf landen alle. Okay, okay. Passt, passt. Tamam. Okay, Asi-sagt, stellt euch alle in eine Reihe auf. So, wie ihr es gewohnt seid. So, ihr wisst, wie es abläuft. Asi-sagt, einmal springen. Noch einmal springen. Really, nigga? Arjan? Arjan? Wieso verlierst du? Asi-sagt, noch einmal springen. Einmal springen. Bruder, sei mal ehrlich. Seid ihr manchmal... Okay, okay. Das war es, glaube ich. Das war der letzte. Okay, weiter. Ähm, also. Guck mal, wie der Dinkt. Ich bin dumm. Er denkt, ich merke das nicht. Stellt euch mal alle hier auf. Nebeneinander. No. Nein, 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 nein. Asi-sagt, aufstellen. Nebeneinander. Hier. Okay. Okay. So. Asi-sagt, folgt mir. Okay. Asi-sagt, hinhocken. Aufstehen. Halt. Ah, reingekackt, Bruder. Reingekackt. Asi-sagt, mitkommen. Okay, gut. Asi-sagt, sucht alle eine Waffe. Und dann kommt ihr zu mir. Wer keine Waffe findet, wird erschossen. Die, die keine haben, sind tot. 6,5 Stunden später. Asi-sagt, stellt euch hier alle nebeneinander auf. Asi-sagt, nebeneinander hier aufstellen. Asi-sagt, zeigt deine Waffe. Zeigt deine Waffe. Asi-sagt, zeigt deine Waffe. Ich werde sie finden. Und ich werde sie töten. Ananananakonium-Sailin. Wer war das? Wer ist diese Anonyme? Ich mach sein Kanal kaputt. Jetzt reicht's. Wer ist das gewesen? Doch, ich weiß, wer das ist. Ich werd jetzt gucken, wer das ist. Da. Das war wieder Apokalypto-Rolex. Es war wieder Apokalypto-Rolex. Lan. Der wurde von Red geschickt, um mich abzufucken. Asi-sagt, genau vor Big Ben. Also vor diesem, äh, vor diesem, äh, Urhaus. Wenn ich nicht auf 10 Minuten komme, mach ich so einen schwarzen Bildschirm. Ist mir egal, wie lange das geht. Egal, ob Firegun ein Video gibt. Ich mach dich, ich zieh durch. Ist mir egal. Mr. Banan ist heute dabei. Wie geht's dir, Bruder? Guck mal, warum wirfst du eine Tomaten auf mich? Warum gibst du mir Waffen, Bruder? Ich verstehe es, ich aber danke. Alle an der Reihe. Soll ich lachen oder weinen? Soll ich lachen oder weinen? Ich schreibe, Mann. Jeder große YouTuber kriegt es hin. Ich nicht. Letztes Mal. Letztes Fäff... Letztes Mal. Ich meine es ernst. Letztes Mal, wenn mich jetzt einer kelt. Es ist vorbei. Okay, es startet. Ich hab gesagt, nicht starten, es startet. Asi-sagt, landet wieder bei dem Big Ben-Turm. Asi-sagt, wer nicht bei Big Ben landet, sondern irgendwo anders ganz kurz, um irgendeine Waffe zu holen, wird disqualifiziert und kriegt keine 50.000 Euro. Ich töte dich. Du kleiner Go. Du kleiner Go. Du Fischhacke. Ich hab's gesehen. Erschießt ihn. Erschießt ihn. Ah. Tut doch was. Wo renntest du hin? Nein. Ich hab's gesehen. So, Asi-sagt, wieder tiltet. Asi-sagt, wieder gleicher Ort. Ich will keine Faxen sehen. Ich bin Gillette, Abdi. Der ist da! Der hat Waffe geholt. Der hat Waffe geholt. Der ist auf dem blauen Haus oben. Asi-sagt, holt seinen Kopf. Erschießt noch! Der ist hier! Er ist hier! Er ist hier! Er ist hier! Er ist hier! Oh mein Gott, du hast ihn! Oh mein Gott, okay, okay, okay. Oh Mann! Arma, der hat mich jetzt getötet, Mann. Okay, Asi-sagt, landet alle Paradise Palms vor Keyboard Kings Laden. Genau. Er holt Waffe, er will mich umbringen. Asi-sagt, da hinten kommt ein Gegner, der mich jetzt töten will. Ich hau schon mal ab. Asi-sagt, ihr könnt hier chillen oder weitermachen. Was weiß ich, ich versteck mich erstmal. Ich hab keine Lust mehr. Ganz ehrlich! Ab 3 geht's los. Wenn einer jetzt irgendwie so faxen oder emoten macht, ist er direkt tot. Asi-sagt einmal springen. Asi-sagt ducken. Asi-sagt aufstehen. Ducken. Du bist gesprungen, ich hab's davor gesehen. So. Also, ich muss dich, guck mal, ich muss dich jetzt eigentlich umbringen. Aber du bist mein Bodyguard, also komm neben mir. Äh, Asi-sagt einmal springen. Wer ist das? Wer ist Arma HD? Warum hast du jetzt diesen Skin genommen? Hä? Asi-sagt einmal springen. Noch einmal springen. Okay, gut. Asi-sagt, holt euch eine Waffe. Asi-sagt, ihr habt noch 10 Sekunden Zeit. Stellt euch hier vor Hotel 23 auf. Nebeneinander aufstellen. Genau. Sehr schön. Really, nigga? Ey! Halt still, Mann! Mann, ich... Äh, folgt mir schnell, bevor Zone kommt. Behalt euch. Komm, folgt mir, folgt mir. Asi-sagt, folgt mir. Ducken! Ducken, schnell, ducken! Boah, die Waffe ist lecker. Asi-sagt, hier an die Linie. Asi-sagt, nebeneinander an die Linie stellen. Okay, Asi-sagt, Waffe rausholen. Asi-sagt, Waffe rausholen. Du auch Waffe rausholen. Waffe rausholen. Waffe rausholen. Asi-sagt, Waffe rausholen. Ja, chill. Warum ist deine Waffe draußen? Warum belebst du dich? Ich sag manchmal miese Fische, Wallah. Asi-sagt, mitkommen. Asi-sagt, wir riften. Der, der nicht mitriften kann, hat reingeschissen. Asi-sagt, wir riften in die Zone. Asi-sagt, an die Wand stellen. Asi-sagt, alle auf das Auto. Wenn einer nicht auf das Auto kommt, ist er tot. Oh, alle geschafft, okay. Duckt euch. Ducken. Gesehen. Halt still. Guck, jetzt sieht man mein perfektes Aim. Habt ihr gesehen. So, meine Freunde. Wie viele leben noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asi-sagt, einmal springen. Er ist nicht gesprungen. Warum springt der nicht? Mitkommen. Ah, Bruder. Okay. Asi-sagt, mitkommen. Oh, die Zone kommt. An die Wand stellen. Schnell, an das Auto stellen. Glück gehabt. Der hat, der... Ah! Du hast dich daran gestellt. Asi-sagt, in die Zone laufen. Boah, das ist viel zu weit weg. Asi-sagt, kommt neben mir. Okay, sehr schön. Es leben nur noch drei. Okay, Asi-sagt, gib mir das Medikit. Und du hebst das Medikit jetzt auf. Er wollte mich aufbringen. Okay, heb das Medikit auf. Asi-sagt, heb das Medikit jetzt auf. Gibst mir wieder zurück. Asi-sagt, gibst mir wieder zurück. Okay. Hero Gamer ist tot. Asi-sagt, Wirf eine Tomate auf mich. Buri Kerem hat gewonnen! Wow.